hallo zusammen heute bin ich nicht alleine heute bin ich hier mit max und max erklärt euch mal den spannungsabfall max der hat jetzt hier eine schnuppe lehre in deutsch und das heißt in deutschland ja schule vor ort ja ja du bist aus nürnberg ja und wie alt 14 jahre er sieht jetzt hier relativ groß aus wisst ihr warum ich zeige es euch ja max steht hier auf der kiste also wenn du jetzt von der kiste runter kommst ja dann bist du viel kleiner aber mit 14 jahren kannst du noch ein bisschen wachsen ja ja wieder auf die kiste dann sind wir ein bisschen auf gleichem niveau jetzt bist du eine woche hier heute ist freitag und was haben wir so alles gemacht was wir alles gemacht werden wir haben kühlschränke repariert ein trans cooler gebaut wenn man trans cooler repariert und dann haben wir noch von dem mobil haben wir noch batterie eingebaut der neue und dann wächst den richter und das war dann eigentlich so alles dann waren noch am roten wasser dreckig was war denn das das war ein großer trans cooler und da war der lüfter defekt den haben wir dann auch noch reparieren und da geht es auch wieder es war kein trans cooler das waren tief kühlraum von einem großen restaurant großer die spiele halt ja gut jetzt gehen wir hier in die richtung messung du hast hier aufgebaut ich habe aufgebaut du hast hier die spannung ja also wir haben jetzt 12,9 volt ja wir haben hier kabel das ist wie dick zweieinhalb band hier auch minus und das geht hier auf diese lampe über diesen schalter ja kann man ein und ausschalten wie so eine lampe also eine lampe die lampe hat jetzt braucht es den gleichen stromwiesen kühlschrank so und kühlschrank wie der hier dass sie so ein wohnwagen kühlschrank wohnmobil auch auf boden ist er drin er braucht etwa 60 70 watt und diese h4 glühbirne die braucht etwa auch so viel ja das heißt wir haben hier eine spannung von 12,8 volt und wenn du den simulierten kühlschrank einschaltest dann haben wir eine spannung von 12,6 volt und die differenz davon 12,8 minus 12,6 laut also 0,2 spannungs abfall haben wir jetzt das ist im rahmen alles unter 0,5 volt also 0,2 wie jetzt hier ist in ordnung nur wir haben sehr viele anfragen ja wir haben das doch ein fachwerkstatt reparieren lassen die fachwerkstatt hat gemessen wir haben genügend spannung und jetzt machen wir hier ein versuch du hast ein kabel vorbereitet oder nur eine sicherung ja was ist das für eine sicherung das ist und sicherungsautomaten 30 ampere und den stecken wir jetzt hier dazwischen du steckst hier und ich stecke hier jetzt wieder ausschalten den kühlschrank kühlschrank raus jetzt haben wir auch hier hätten wir die den ampere das sind jetzt null logisch wenn kein kühlschrank und keine lampe dran ist und die spannung ist wieder kein verbraucher 12,8 volt und jetzt schalt das ding ein und jetzt haben wir 12,4 volt also 12,8 volt minus 12,4 volt ja 0,4 spannungs abfall gut also das heißt über das kabel und diesen sicherungsautomaten haben wir 0,2 beim kabel und hier beim sicherungsautomaten 0,2 spannungs abfall das ist ja noch grad erträglich jetzt machen wir den nächsten versuch licht wieder aus was hast du hier ich habe jetzt hier fünf meter kabel ein quadrat ein quadrat stecken wir dazwischen ja fünf meter kabel haben wir jetzt aber nur in der einen leitung wenn ihr also das auf beiden leitungen verlegt hätten wir nur zweieinhalb meter ja also das heißt wir haben jetzt zwei meter dickes kabel etwa sicherungsautomat und fünf meter kabel wir haben die spannung ist wieder 12,8 volt richtig kühlschrank einschalten oder die lampe und jetzt haben wir 11,9 volt also fast ein volt spannungsverlust ja jetzt sind wir nicht so kleinlich das sind nur 0,9 gut gut aber ein volt spannungsverlust bei 12 volt jetzt kommt das prozent rechnen sind ja sage und schreibe fast zehn prozent wir nehmen sich so genau mit dem prozenten ja diese batterie ist aber jetzt platsche voll geladen mit 12,8 volt wenn wir jetzt runter gehen mit der spannung also zum beispiel 12 volt und wir haben wieder ein volt spannungsverlust wie der max gesagt hat dann hätten wir ja nur noch 11 volt und wo schaltet ein kühlschrank aus bei 10,5 volt also ist schon bald kurz vor dem abschalten die woche kam einer hier an mit dem wohnmobil das haben wir gemessen mit dieser lampe der hatte vier volt spannungsabfall und hat sich dann beklagt dass der kühlschrank nicht läuft der springt nicht mal an wenn der kühlschrank nämlich hier einschaltet dann macht klick der läuft nicht mal an der schaltet einfach nur aus aber der kunde sagt er hätte das durch eine fachwerkstatt prüfen lassen und wir fragen immer wie hoch ist der spannungsabfall gut ihr habt nicht so eine lampe ihr habt dann vielleicht den kühlschrank hier wo sind die anschlüsse wir müssen hier auf plus hier und auf minus hier also hier minus und hier plus an dem kabel müssen wir messen ja das heißt statt an der lampe zu messen messen wir direkt am kühlschrank dass der verspannung halt ankommt richtig wenn er steht und wenn er läuft max war jetzt eine woche hier hat rein geschnuppert er will wieder kommen ja unbedingt unbedingt und ich habe hier ein diplom für max das überreiche ich ihm so dass es dann zu hause oder wenigstens in der schule mal zeigen kann er hat natürlich auch hier das video und wir schauen vielleicht kommt max wieder von nürnberg liegt nicht gerade ums eck das sind 300 kilometer ja ich verlinke euch hier ein video hier oben über einen ingenieur habe ich mal gemacht über spannungsabfall das hat max sich gewünscht und dann haben wir auch kühlboxen ihr könnt direkt mit einer kühlbox den entspannungsabfall messen da mache ich hier unten video und jetzt wünschen wir den leuten einen schönen tag ich wünsche euch auch einen schönen tag